Ja, jetzt habe ich hier wirklich mal ein Beispiel, wie gesagt, hier haben wir so ein relativ schwaches Signal, was hier von dem AnyTone gut wiedergegeben wird, noch aufgenommen wird, gleiche Frequenz 145, 275, so jetzt tun wir das gleiche sozusagen hier auf das Bar aufhängen und dann wird man hier direkt sehen, oder nicht, nicht, nicht sehen, sage ich mal lieber so, dass wir gar nichts hören, das Ding ist taub, richtig taub, aber daran sieht man ja wirklich, wie taub das ist, jetzt habe ich mal nochmal hier, kann ich nochmal ein anderes, drittes Gerät, was ich hier habe, auch, das ist dann jetzt hier, ein Wotzen, das können wir auch nochmal ganz kurz, jetzt empfindet ich ein bisschen was, aber nur ganz eben, das würde ich auch nochmal testen, aber das ist echt krass, muss ich ganz schön sagen, das ist krass, so 145, 275, noch dran, nee, 145, 275, und das kann ich wunderbar sein, was da aufhängen, ist definitiv eins der taubsten Geräte, alter Vater.